Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema Spline-Interpolation gehen, also mal eine Interpolation, die lokale Polynome und keine globalen Polynome berechnet, wie zum Beispiel die Newton- oder die Lagrange-Interpolation. Dazu auch Videos in der Infobox. Nein, wir wollen uns heute lokale Interpolationspolynome anschauen, die eben den Vorteil haben, dass sie bei vielen Messwerten nicht zu so drastischen Überschwingern folgen, weil halt einfach kein globales Polynom einer sehr hohen Ordnung entsteht. Man kann bei lokalen Polynomen natürlich auch entscheiden, von welchem Grad das sein soll. Es gibt die Nearest Neighbor-Methode oder eben eine lineare Interpolation, wo man halt eben Graden verwenden würde als Interpolation. Wir verwenden jetzt aber die kubische Spline-Interpolation, die ist deshalb so vorteilhaft oder wird oft verwendet, weil erstens ab einem Grad höher als dritten Grad ist, hat es keinen physikalischen Sinn mehr, was Ableitung und Sensitivität, also Steigung angeht. Der Vorteil bei dritten Grad ist es eben gerade bei dieser Spline-Interpolation, die kubisch abläuft, dass die Biegermomente in den Stützstellen verschwinden, was man sich so vorstellen kann, wie wenn man jetzt zurückdenkt an die technische Mechanik-Vorlesung, wenn man jetzt quasi Platten durch diese Fixpunkte, also durch die Stützstellen legt, dann würden diese physikalisch sich so auch ausbilden, dass die Biegermomente eben minimiert oder nicht mehr vorhanden wären. Und dementsprechend diesem Prinzip folgt die Spline-Interpolation, die eben genau dafür sorgt. Für dieses Sorgen muss man ein paar Schritte und Kriterien erfüllen. Wir schauen uns das vielleicht aber erstmal an der Skizze an. Wir haben also im Endeffekt N-Messwerte, das wären jetzt hier vier Stück. Wir sehen vier Kreuze und zwischen jedem Kreuz entsteht ein Spline-Polynom, ein lokales Interpolationspolynom, in dem Fall also jetzt drei Stück. Wir sehen also, es ist immer ein Polynom weniger, als wir Messwerte haben. Bei vier Messwerten drei Interpolationspolynome. Was wichtig ist, der Startwert, der wird jetzt hier, oder der x-Wert, sage ich mal, die Stützstelle wird mit u bezeichnet. Der Messwert selbst wird mit y, zum Beispiel hier ist die Höhe y0 bezeichnet. Und der Abstand zwischen den jeweiligen Stützstellen, also zwischen u1 und u0 zum Beispiel, ist jetzt hier h0, zwischen u2 und u1 ist hier h1. Also die Deklaration müssen wir treffen, damit wir gleich die Algorithmen verstehen. Gut, also für N-Messwerte N-1-Polynome nötig. Wir sagen auch, dass wir ja ein Polynom dritten Grades haben. Wenn wir ein Polynom dritten Grades haben, dann heißt es auch, hoch 3 ist also das Höchste, was wir da an Gefühlen quasi haben. Was wir natürlich dann bestimmen müssen, ist von den einzelnen Polynom-Teilen, also von den Monomen, die in dem Polynom auftreten, die Vorkoeffizienten a0, b0, c0 und d0 an der Stelle. Wenn wir die hier im Endeffekt bestimmen wollen, dann machen wir das relativ simpel über einen einfachen Ansatz oder ein Verfahren, das ich jetzt hier nicht herleiten möchte, kann man aber in jeglicher Fachliteratur zur Spline-Interpolation finden. Die Highlightung würde allerdings ein bisschen im Rahmen des Videos sprengen. Die macht aber im Endeffekt nichts anderes, als diese Ansätze, erste Ableitung, zweite Ableitung in den Stützstellen selbst zu 0 zu setzen, also zumindest die erste Ableitung und dadurch im Endeffekt zum Beispiel einen flüssigen, knickfreien Übergang zu schaffen, was eben diese Biegemomente minimiert. Genau, wenn man das tut, dann kommt man auf ein paar Formeln, die ich jetzt gerade mal hier aufgeführt habe. Die AI und CI sehen wir, ist relativ komplex. Also wenn ich das jetzt mal runterbreche auf zum Beispiel, ich möchte nur y0 bestimmen, also nur diesen Teil hier bestimmen von meiner Kennlinie, dann muss ich natürlich auch nur a0 bestimmen, nur b0 bestimmen, nur c0 und so weiter bestimmen. Wenn ich a0 bestimmen wollen würde, dann wäre das also 1 durch 6 h0 multipliziert mit y1' minus y0'. Dann identisch bi ist auch wieder was zu berechnen, allerdings deutlich leichter. ci ist auch was zu berechnen, das ist am schwierigsten oder am längsten, ist im Endeffekt aber auch nur einsetzen. Und di ist ganz einfach zu berechnen, da brauche ich quasi nur einen Messwert. Was wir jetzt hier finden, sind zum einen unsere Messwerte, die wir haben, nämlich die reinen y's, aber auch deren zweite Ableitung, die da auftauchen. Wenn wir also die zweite Ableitung sehen, dann müssen wir die ja auch irgendwie erstmal berechnen oder bestimmen. Und da gibt es bei dem Ansatz auch eine Vorschrift, wie das funktioniert, sieht man auch in der Herleitung, woher die kommt. Was erstmal wichtig ist, man nimmt für den Ansatz an oder man nimmt für den Ansatz das Beispiel, dass die zweite Ableitung in den Endpunkten unseres Gesamtbereichs, also hier und hier, zu 0 werden soll. Das heißt, automatisch ist schon y0 immer 0 und eben bei jetzt zum Beispiel vier Stützstellen ist y3 auch 0, y3-strich, ja, also immer die zweite Ableitung. Jetzt möchte ich natürlich auch die dazwischen kennenlernen und dafür gibt es eben diese folgende, nicht verwirren lassen bitte, Matrix. In der Matrix füllt man jetzt eben ein, oft ist es so, dass man tatsächlich nur diese beiden Elemente braucht, weil alles andere wäre in der Klausur, ja, doch sehr heavy zu lösen. Hier also relativ simpel, wir müssen also einsetzen unsere h's, die wir ja kennen, wir müssen einsetzen unsere y's, die wir kennen, aber hier ist nirgendwo eine Ableitung drin in diesem Matrixkonstrukt, sodass wir quasi alle Größen uns bekannt sind und wir eben hier diesen Ableitungstherm y-strich uns durch Inversion der Matrix oder eben einfach Lösen des Gleichungssystems bestimmen können. Sehen wir gleich auch nochmal an einem Beispiel, aber genau. Wollen wir also mal zum Beispiel rübergehen, da haben wir jetzt auch vier Stützstellen, 1, 2, 3, 4 sollen sie sein, das muss nicht immer so sein, dass die Äquidistanzerabstände haben, wir wählen das jetzt hier einfach mal so, dass das so wäre, macht uns den Trick leichter, dass h0 gleich h1 gleich h2, also die Abstände zwischen den Stützstellen immer 1 groß ist, denn 2 minus 1 ist im Endeffekt 1, 3 minus 2 ist 1 und 4 minus 3 ist auch 1, das ist das Komfortabel jetzt daran. Und unsere Messwerte an den Punkten sind eben 0, 10, 15 und 20. Wir berechnen jetzt hier nur y0 von u, also wenn wir uns das am Beispiel mal anschauen, wäre das jetzt bei so einer Kennlinie einfach nur dieser Teil. Es ist nämlich extrem aufwendig, jedes dieser einzelnen zu berechnen und deswegen, ich denke, in der Klausur müsstet ihr wahrscheinlich auch nur eins berechnen. Falls ihr mehr berechnen müsst, kriegt ihr sicherlich auch mehr Zeit. Gut, wir wissen nach unserer Vorschrift, dass die zweite Ableitung des letzten und des ersten Messwertes immer 0 sind. Das heißt, hier an der Stelle wäre eben y0'', jetzt habe ich hier schon ein bisschen was verkackt, Wir haben natürlich bis y0'', also y0'', die sind halt 0, weil wir im Endeffekt ja bis n gleich 4 gehen, also n gleich 4 Messwerte haben. Und wenn wir n gleich 4 Messwerte haben, an der Stelle das Ganze berücksichtigen können. Genau, wenn wir das Ganze jetzt aufgeschrieben haben, dann können wir unsere restlichen Parameter auch noch berechnen. Also wir wissen zum Beispiel, dass di nach unserer Vorschrift einfach yi ist, bedeutet d0 ist im Endeffekt einfach y0. Wenn d0 y0 ist und wir können uns anschauen, y0 war genau der Wert 0, dann wissen wir also schon, okay, unser d0 ist im Endeffekt hier y0. Analog können wir auch vorgehen bei unserem b0. Unser b0 ist relativ simpel zu berechnen auch, das ist im Endeffekt einfach ein halb mal y0'. Hier ist es so einfach, weil wir eben wissen, dass y0' automatisch nach unserer Vorschrift eben 0 gesetzt wird. Also auch hier sehen wir, okay, unser b0 ist auch 0, macht uns schon mal das Leben leichter. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger noch, wir müssen ja auch a0 und c0 bestimmen und dazu benötigen wir eben y1'. Also wenn wir uns die Formel nochmal angucken, c0, da steckt hier y1' drinne und bei a0 steckt auch y1' drinne und dementsprechend müssen wir das y1' errechnen. Dafür stellen wir diese Matrix auf, die wir oben gesehen hatten und oben habe ich auch schon gesagt, in der Matrix, meistens braucht man nur dieses Element, dieses Element und dieses Element. Das ist jetzt hier der Fall, nämlich genau dann, wenn wir eben nur vier Stützstellen haben. Gut, wenn wir diese vier Stützstellen haben, dann kann ich die Matrix also runterbrechen auf dieses kleine Konstrukt hier. Das kann ich jetzt auch ausfüllen, das kleine Konstrukt. Wenn ich mir das aufschreibe, kommt da im Endeffekt 2 mal 1 plus 1, das ist also 2 mal 2 ergibt 4. h1 ist 1, 1 und 4 raus, dann suche ich ja mein y1', mein y2', das sind ja meine Unbekannten. Und da muss ich jetzt im Endeffekt natürlich noch einsetzen, was auf der rechten Seite steht. Ich meine, das ist 6 geteilt durch 1, multipliziert mit y2 minus y1. Wenn wir uns das angucken, das ist 15 minus 10 hier an der Stelle, also ist das 6 mal 5, ist 30 geteilt durch, oder minus, Entschuldigung, 6 mal y1 minus y0, also minus 6 mal 10, also 30 minus 60 sind minus 30. Und dann das gleiche nochmal hier an der Stelle, allerdings hier kommt 0 raus, können wir auch gleich nochmal kurz erläutern, warum. Darum sehen wir, dass ja der Unterschied, wir haben hier quasi 6 mal geteilt durch 1, y3 minus y2, das ist also 5, und dann ziehen wir davon ab, 6 mal y2 minus y1, das ist auch wieder 5, also 6 mal 5 minus 6 mal 5, deswegen kommt dann 0 raus. Das soll jetzt nicht die Schwierigkeit der Aufgabe hier sein, deswegen bin ich hier gerade ein bisschen drüber gerusht, aber könnt ihr gerne nachrechnen, dass dieser Vektor im Endeffekt so aussieht, oder diese Werte annimmt. Wenn ich den jetzt lösen möchte, kann ich mir das als Gleichung aufschreiben, ich sehe 4y1' plus y2' ist gleich 20, äh, das schreibe ich hier auf minus 30, und ich sehe, dass minus ein Viertel y1' ist gleich y2'. Und dann kann ich quasi das hier einsetzen, also hierfür einsetzen, und komme dann darauf raus, dass 4y1' minus ein Viertel y1' gleich 30, minus 30, Entschuldigung, und das ist ja nichts anderes, als dass da steht, y1' ist gleich 4 geteilt durch 15 mal minus 30, was nichts anderes ist als minus 8. Wenn ich die minus 8 auch 8 habe, dann kann ich auch automatisch die y2' ausrechnen, die brauchen wir jetzt hier in der Aufgabe tatsächlich nicht, aber kann man relativ einfach, wenn man jetzt hier die Gleichung gegeben hat, also minus 8 durch minus 4 ergibt das y2' ist gleich 2, falls man das irgendwo mal brauchen sollte, zum Beispiel, wenn man jetzt dieses Polynom hier berechnen möchte, da braucht man diesen Wert. Genau. Wenn wir das berechnet haben, dann können wir jetzt a0, a und c0 noch berechnen, weil wir ja eben unsere Vorschrift jetzt ausfüllen können, wir haben jetzt alle Ableitungen gegeben, das heißt a0 ist 1 geteilt durch 6 mal h0, h0 ist aber 1, und das multipliziert mit y1', das war minus 8, abzüglich minus y0', y0' ist immer 0, also minus 0, dann kommen wir auf minus 4 Dritte. Dann das gleiche für c0, bei c0 haben wir eben 1 durch 1 mal y2 minus y1 an der Stelle, das können wir vielleicht gerade auch aufschreiben, Entschuldigung, y1 minus y0 an der Stelle, minus 1 Sechstel mal h0, das ist ja 1 mal y1' plus 2y0', gut, das hier Ganze ist 0, y1 minus y0 ist 5, jetzt muss ich gerade gucken, y1 minus y0 ist 10, so rum. Und wenn wir das einsetzen an der Stelle, dann haben wir also quasi hier 10 minus 6 mal y1', was ja im Endeffekt diese minus 8 an der Stelle waren, und das können wir gerne einsetzen, da kommt dann raus 10 minus 1 Sechstel mal minus 8, und dann ist das Ganze 34 Drittel. Gut, das mal im Schnellverfahren ausgerechnet, mir geht es jetzt wirklich nicht darum, dass wir hier Aufgaben ausrechnen, sondern das Prinzip, wie wir welche Matrix wann wo anwenden, verstehen. Wichtig ist, dass wir also jetzt unsere Parameter bestimmt haben, denn die benötigen wir, also a0, b0, c0 und d0, wir haben eben gesehen, a0 war minus 4 Drittel, das steht hier oben, b0 war ja 0, d0 war auch 0, und c0 war 34 Drittel. Wenn wir das jetzt berechnet haben, dann haben wir alle Größen, um eben unser Spline-Interpolationspolynom zwischen den ersten zwei Messgrößen zu berechnen, das haben wir ja oben definiert, ist a i mal u minus u i hoch 3 plus b i mal u minus u i Quadrat plus c i mal u minus u i plus d i. Und das ist jetzt in dem Fall für y0, also unser erstes Spline-Polynom, ja hier a0 eingesetzt, also dementsprechend minus 4 Drittel, u minus u0, wir sehen auch, wenn wir nochmal auf die Messgröße hier gehen, u0 war gleich 1, das heißt u minus u0 ist u minus 1 hoch 3, b war ja 0, c war im Endeffekt plus 34 Drittel, also mal u minus 1 und dann eben d war auch 0 und damit haben wir schon unser Polynom gefunden. Wir haben also hier ein kubisches Polynom, also hoch 3, und das beschreibt uns jetzt quasi nur diesen ersten Part, deswegen habe ich auch gesagt, wir berechnen nur eins, nur dieses 1 hier würden wir jetzt dadurch beschreiben. Achtung, nicht verwechseln, diese Kurve ist nicht die gleiche wie zu den Stützstellenzählen, also es ist jetzt nicht das gleiche, das war hier ein frei erfundenes Beispiel. Genau, jetzt könnten wir aber natürlich auch einfacherweise y1, y2 und so weiter bestimmen, das ist jetzt nicht mehr so schwer, weil wir diese Matrix schon gelöst hatten. Wenn man die einmal gelöst hat, kann man alle Parameter bestimmen, weil wir ja jetzt alle Ableitungen kennen, also dementsprechend könnten wir auch a1, a, b1, c1, d1 und a2, b2, c2, d2 und so weiter berechnen, um eben alle Parameter zu kennen. Also immer daran denken, den Algorithmus, den ich aufgeschrieben habe und erklärt habe, irgendwo aus Formelblatt oder auswendig lernen, und dann ist das Ganze nur noch runterrechnen. Falls es Fragen gibt, können die natürlich gerne in die Kommentare gestellt werden, ansonsten gibt es ja wie gesagt auch Videos zur Interpolation, gerade auch zur Approximation, vielleicht für globale Polynome, das ist dann auch nochmal in der Infobox verlinkt, da könnt ihr gerne vorbeischauen, und falls es da Fragen gibt, dann wie gesagt in die Kommentare, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. und dann bis zum nächsten Video.